willkommen liebe zuschauerinnen und zuschauer zu einer weiteren folge pokémon oras wifi battles hier bei den berkshop brothers ja ich weiß es ist schon eine weile her dass videos kamen tut mir auch echt leid ich bin im moment sehr viel im klausurstress von der uni äh bzw von der fachhochschule und das neue jahr war ja auch und weihnachten etc 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 und hatte ganz ehrlich nicht so viel zeit und ist jetzt auch vollkommen egal ich will mich jetzt nicht rausreden ich habe auf jeden fall keine videos gemacht in letzter zeit aber jetzt kommt mal wieder eins ich wollte erst mal ein frohes neues jahr wünschen es ist zwar schon der 13 januar wenn ich also dass jedenfalls der tag an dem ich das video aufnehme allerdings denke ich es noch nicht zu spät das zu wünschen wir sind immer noch im januar also das noch ganz okay das legitim ich hoffe ihr seid alle gut ins neue jahr gekommen und ich würde sagen wir starten hier mit so einem schönen coolen wifi battle ins neue jahr es ist ein relativ kurzes battle verhältnismäßig aber relativ gut man sieht erst mal gleich ist es ein schon mal einsatzweise mirror match denn wir haben beide ein max hax und ein resandero ich habe desweiter noch ein roselia ein skuntang ein magnetzone ein miltang und dagegen nach noch ein blitzer ein sabayone ein ramot und ein quatschutsu was mir gleich direkt aufgefallen ist ist dass es ein sehr sehr setup orientiertes team ist denn mit max hax kann man relativ gut setupen mit drei handtanz resandero kann man auch relativ gut set haben mit einem schwerttanz oder mit einem klauenwetzer sabayone mit einer bauchtrommel ist eigentlich auch kommen und ramot kann man mit falter reinspielen wo also man sieht erstmal das ist ein wirklich sehr hyper offensive team und ich habe da ab dass man gleich im ersten moment gesehen oh ich kann da ganz schön probleme bekommen und es ist eigentlich bei so einem team muss man ganz ehrlich steht es war dumm von mir aber trotzdem dachte ich mir es ist nicht so gut mit einem mit so einem lied wie roselia zu lieben denn wenn gefühlt jedes pokémon von von meinem also vom gegner sich set up kann dann ist eine roselia perfektes setup fahrer weil ich gerade also ich jedenfalls keinen schlaf oder drauf spiele was halt sehr unvorteilhaft ist aber ich dachte mir irgendwie ja gut ich weiß nicht ob der gegner so aggressiv spielt und gleich mit einem setup pokémon startet ich dachte eher er würde mit einem mit seinem blitzer lieden denn blitzer ist eigentlich ein relativ gutes pokémon weil es sehr viel initiative hat mit 130er base speed überholt ist relativ viel fast alles und kann mit wohl switch also mit volt wechsel sehr gut das momentum aufbauen und dann dachte ich mir halt ja lad liest du mit roselia wenn der gegner eine kraft reserve eis hat ich bin speziell defensiv ausgelegt soll das nicht so viel schaden machen und da kannst du ja ganz gut eine stachler set up was halt gegen solche pokémon relativ gut ist denn max hat kann potenziell ein fokus gut tragen und wenn er eingewechselt wird und die stachler liegen ist der fokus gut direkt kaputt und halt ähnlich halt allgemein schaden auf die pokémon zu bekommen durch entry hazard ist immer gut und deswegen dachte ich mir okay ich hoffe ich hoffe das dass er nicht mit einem set-up pokémon leedet und direkt set up obwohl es halt relativ nahe lag aber ich wusste trotzdem nicht mit was er dann leedet weil dann wäre theoretisch jedes pokémon eine wahl gewesen egal ich starte mal gleich mit dem kampf bevor ich jetzt hier noch weiter quackel und es ist relativ ein relativ kurzes battle aber ich finde es sehr sehr interessant werdet ihr noch sehen warum ich leedet mit meinem roselia wollte erstmal ein paar lagen stachler rauslegen und er leedet mit seinem maxax also mit seinem hexerys und ich wusste gleich er wird hier auf den drachentanz gehen und dachte mir okay falls er vielleicht doch direkt angreift warum auch immer oder fahrhöhne einsetzt kann ich relativ gut meinen magnetone einwechseln denn einer drachenattacke kann er gut widerstehen und da kann er halt mit einem weiß halt wahlglas und eine lichtkanone relativ guten schaden machen und er setzt wie gesagt einen drachentanz ein und wird in der nächsten runde mich mit einem erdbeben ausmachen magnetone wusste ich halt das ist nicht so unbedingt dringend brauche in diesem battle also konnte ich es relativ gut sacrificen war eigentlich nur um relativ sicher auch irgendwie meinen miltang reinzubekommen denn miltang ist meine physische wall kann auf jeden fall den hit überleben und sollte dann mit einem bodyslam hoffentlich paralysieren denn dann hatte ich auf jeden fall noch eine chance mit meinem eigenen hexerys also mit meinem eigenen maxax auszuschalten er hat allerdings den durchbruch was sehr effektiv trifft und mich über also mir mehr als die hälfte meiner kp schaden macht was sehr unverunterladen ist denn somit überlebe ich keinen zweiten hit ich kleide nicht die para und er geht jetzt hier auf den wutanfall was allerdings nicht ganz so gut ist denn also für ihn nicht so gut ist denn ich kann jetzt relativ gut meinen skuntang einwechseln was erstmal dadurch dass ich weiß dass er dann auf eine attacke geht mit einem tiefschlag ihm relativ guten schaden macht und wenn ich ihn nicht ausknocke kann ich dennoch weil er angreift und wenn er mein skuntang ausknockt mit einem final schlag dieses hexerys auf jeden fall besiegen er geht wie gesagt auf den wutanfall muss er ja ist ja drinnen gelockt mein skuntang überlebt das leider nicht aber der final schlag erledigt ziel sein übrigens und somit habe ich schon mal geschafft ich habe zwar drei pokémon ne zwei pokémon ne 1 2 3 pokémon opfern müssen um dieses hexerys tot zu bekommen allerdings sagte ich mir okay ich gehe selber in die offensive ich dachte irgendwie slurpuff ist relativ obviers dass er damit dass er das rein bringt ich habe irgendwie damit gerechnet und bin auf restadero gegangen und ich wusste okay jetzt wird das ein setup spiel wer schafft es ich gehe auf delegator und ich wusste er geht auf bauchtaumel das ist eigentlich relativ obviers somit habe ich schon mal ein self delegator allerdings wird sich jetzt ja seine ziel trupperei also seine seine ziel trupperei aktivieren weil er unter 50 leben ist wodurch er entlastung hat und schneller ist als mein restadero also weiß ich dass ich jetzt auf delegator klicken kann denn er wird mich zuerst angreifen mein delegator platt machen und ich kann dann auf einen delegator gehen und den wieder neu herauf beschwören so gesagt ziel ist es natürlich mich selber in einen bereich zu bringen wo sich meine lizitbäre aktiviert mein angriff also um eine stufe erhöht und dadurch dass ich meine lizitbäre verliere ebenfalls meine sich meine entlastung triggert also auslöst er geht hier natürlich immer wieder auf ableitee wahrscheinlich um sich erstens ihr leben zurück zu holen und zweitens hat er wahrscheinlich angst dass ein knuddler daneben gehen könnte und ich mich selber setupen könnte dafür hat er wahrscheinlich angst gehabt und deswegen immer safe auf den ableitee gegangen denn wie gesagt knuddler hat nur eine 90 prozentige wahrscheinlichkeit dass es trifft und diese zehn prozent fail wahrscheinlichkeit kommt ab und zu mal schon vor und natürlich halt sehr easy setupen können was halt für ihn auch nicht gerade vorteilhaft ist wie gesagt mein delegator geht noch einmal platt und ich aktiviere jetzt noch mal ein letztes mal mein delegator bringe mich also in einen roten bereich wo sich um meinen meinen den mann meine kamera hängt wie immer wie jede aufnahme mindestens einmal ich habe die noch mal den delegator wie gesagt und aktiviere dadurch jetzt den klauen wetzer weil ich schneller bin ich habe ja entlastung hat sich getriggert meine lizitbäre hat sich aktiviert also plus ein angriff wo ich schneller bin und ich kann also einmal ein klauen wetzer aktivieren denn jetzt wird er erst meinen delegator kaputt machen und somit habe ich zwar jetzt kein delegator mehr oben aber ich habe ein plus zwei angriffs geboostetes ressaladero mit doppelte initiative und plus eins genauigkeit eine akrobatik wird hier ohne item dieses slurpuff ausnehmen und leute jetzt hat er nämlich ein problem denn mein ressaladero kann jetzt nur noch von prioritätsattacken besiegt werden ich habe hier ein bisschen angst vor dem schattenstoß gab aber ich dachte wenn muss ich es halt opfern ich weiß nicht warum jetzt wieder ausgewechselt hat wahrscheinlich dachte ich gehe jetzt dann auf einen turm kick und damit kann sein wohl korona ein hit überleben das wäre vollkommen egal gewesen weil ich auf jeden fall schneller bin als wohl korona ein turm kick niete das jetzt nicht aus er hat wahrscheinlich darauf gehofft dass er jetzt den durch den flammenkörper eine verbrennung bekommt die wahrscheinlichkeit besteht jetzt noch ich gehe auf eine akrobatik kann dieses rahmord ausnehmen und ich kriege zum glück keinen burn mit dem burn wäre es echt schwierig geworden aber ohne den burn habe ich jetzt echt freie laufbahn ich weiß jetzt schon dass er kein prioritätsmuff hat sonst wäre letzte runde schon drauf gegangen kann also mit einem turm kick hier ganz safe dieses gründer rausnehmen außer natürlich den fokusgurt aber hat er nicht mit wahrscheinlich leben ob könnte ich mir vorstellen und er zieht auf sein eigenes halucha da ich aber die doppel initiative habe und weiß nicht halucha mit walschale eigentlich nicht so wahrscheinlichkeit ist trotzdem wäre ich trotzdem schneller also besiegt dieses halucha auf jeden fall auch akrobatik rechte definitiv aus und jetzt kommt noch sein jolteon und wenn ich jetzt hier mit dem turm kick treffe ist das auf jeden fall ein gg der turm kick connected und bumm ein plus zwei geboostetes resadero ja knockt einfach dieses jolteon um wie gesagt es war ein sehr kurzes battle aber ich will es euch einfach aus dem grund zeigen weil der setup von mir nämlich effektiv war und ich wollte einfach ich wollte einfach zeigen wie leicht man so ein game noch rumspielen kann ich hätte am anfang nicht geglaubt dass ich es noch schaffe denn ich musste wie gesagt ich musste mein skuntang mein magnet zone und meinen miltang sacrificen um alleine schon ein pokémon ihm zu besiegen und hatte dann also nur noch roselia mein eigenes max hax und halucha so und das ding war ich wusste okay sabayone ist relativ obvius dass das rein bringt weil er wieder setupen will und gegen sabayone hätte mein mein roselia nicht so gute karten gehabt weil er weil ich kein match also kein match sage ich schon keine match bombe also kein gift booth drauf spiele und mein max hax hätte auch alt ausgesehen denn ich habe nur kraft koloss drauf und drachen klaue womit ich also ihn nicht effektiv treffen kann also war resadero für mich die einzige logische wahl und ich wusste sowieso wenn er nämlich mit mit seinem sabayone setup habe ich die perfekte vorlage mein eigenes resadero zu setupen und dann war nur die gefahr dass er noch einen schattenstoß oder ein wasser schuriken auf kwajutsu spielt und ansonsten war das ein gg denn nachdem ich das sabayone mit dem mit dem akrobatik dann mit der akrobatik ausgenommen habe war ich dann schon klar okay das ist eigentlich ein gg und ja ich wollte zeigen wie schnell es gehen kann dass man so ein game noch rumreißt wenn man es selber schafft noch mal ein setup hinzulegen war wie gesagt meiner meinung nach jetzt kein als also es war schon teilweise schon irgendwie auf irgendeine art und weise spannend aber es war jetzt nicht so so ein richtiges hin und her und was weiß ich 50 minuten battle mit perfekten predictions und switch ins und was weiß ich was gebe ich ganz ehrlich zu aber ich finde es war trotzdem relativ guter start in das neue jahr denn ich wollte euch mal zeigen wie schnell man so ein game noch mal rumreißen kann wie schnell das gehen kann ich glaube nicht dass der gegner damit gerechnet hat also das game noch so schnell verlieren könnte nachdem er am anfang dreimal pokémon ausgenockt hat aber so schnell kann es gehen manchmal erwischt man die gegner auf dem falschen fuß und wie gesagt unterscheidst niemals ein resadero was plus zwei geboostet ist und entlastungsbonus hat denn wenn ihr keine keine prioritätsattacken habt macht das mit einem turm kick und einem akrobatik weil man das item verloren hat echt krassen schade ich meine akrobatik hat dann eine angriff von 180 mit dem step und turm kick 65 195 195 195 mit plus zwei geboostet im angriff alter das ist schon krasser damage das muss man schon sagen habt ihr gesehen wie gesagt ich konnte das war bei ohne mit akrobatik rausnehmen und dann pokémon hat auch und das war schon der einzige knackpunkt war halt noch mal so ein bisschen das rahmott er hat das relativ man muss sagen er ist intelligent gespielt sein rahmott reinzubringen also erst ein kwa jutsu reinzulegen damit den den turm kick zu beten und er wusste dass er mit dem wohl corona als mit seinem rahmott einen turm kick überlebt und somit hat er muss sich zwei attacken opfern hätte er seinen rahmott allein reingewechselt so eingewechselt hätte ich nur eine akrobatik gemacht und ein angriff das heißt er nur einmal die chance auf flammkörper so hat er zweimal die chance gehabt hätte er den flammkörper hätte er getriggert und ich wäre verbrannt wäre das game wahrscheinlich noch ein bisschen anders ausgegangen oder hätte anders ausgehen können allerdings muss man auch sagen ich hätte dann in diesem falle noch mal mag gab was ich hätte set up können und meine roselia mein roselia wird relativ gut noch gewesen gegen gegen jolteon also gegen sein blitzer und maxx hätte halt ja ich hätte halt mit maxx auf jeden fall ein setup hinlegen müssen das hätte ich halt kwa jutsu nicht aus bietet also es wäre auf jeden fall noch mal knackiger geworden aber in diesem falle liebt es ja alles reibungslos und ja gut dann will ich nicht weiter um den heißen brei labern sondern sagt einfach mal viel spaß noch schönen tag und so weiter ne lasst euch nicht unterkriegen immer schön spockig bleiben und ich würde sagen wenn euch dieses video gefallen hat lasst bitte ein like da das hilft uns immer und wenn euch diese videos allgemein gefallen könnt ihr uns auch abonnieren und dann würde ich sagen bis der ende leute tschübrü